Das Problem ist nicht, dass man sich die drei fürs deutsche Relefantenformen von Versmaß nicht merken kann, die da wären. Jambus, Trocheus und Dactylus. Was fehlt, ist oft die entsprechende Übung, Betonungen zu hören und zu sprechen. Das ideale Übungsgelände hierfür ist Heines Belsazer. Wir haben Verse von reinem Jambus, Merkspruch Jambus, der Jambus hat nen Auftakt und klappert auf und ab und von reinem Dactylus, Merkspruch Dactylus, 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 Dactylus. Trocheus haben wir kein, trotzdem ein Merkspruch. Klappern, aber ohne Auftakt, das nennt man Trocheus. Und vor allem haben wir alles dazwischen und wir haben eine unbetonte oder auch mal zwei unbetonte Silben als Auftakt, wie man es in der Musik nennen würde, also vor der ersten Betonung eines Verses stehend. Und das alles so schön durcheinander, dass kaum ein Vers wie der andere ist. Das einzige, worauf man sich verlassen kann, ist, dass es in jedem Vers vier Hebungen, also vier betonte Silben, gibt und dass jeder Vers stumpf mit einer Hebung endet. Die Verse enden also stumpf und nicht etwa klingend. Man ordnet letztlich Belsatzer sowie anderen Gedichten dieser Art kein Versmaß zu, sondern spricht von Füllungsfreiheit. Der Raum zwischen zwei Hebungen, also Betonungen, wird nach Lust und Laune mal mit einer oder mit zwei Senkungen, also Unbetonungen, gefüllt. Das bedeutet für uns, wer Belsatzer kann, kann auch alles andere. Fangen wir mit den Silben an. Meistens scheitert die metrische Analyse schon an der richtigen Silbentrennung. Darum hart mit sich selbst sein und grundschulmäßig Silben klatschen. Also, die Mitternacht zog näher schon, wird zu Die Mitternacht zog näher schon. Wir üben dazu, bitte die entsprechenden Verse aufschreiben oder aus dem Text unten aus der Beschreibung herauskopieren und mit Trennungsstrichen versehen. In stummer Ruhe lag Babylon Wir überspringen vier Verse und machen weiter mit Die Knechte saßen in schimmernden Rhein. Die Knechte saßen in schimmernden Rhein Und lehrten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht. So klang es dem störigen Könige recht In der Textkopie unten steht, wie viele Silben es jeweils werden mussten. Man kann also so lange üben, bis man mit traumwandlerischer Sicherheit auf die richtige Anzahl Silben kommt. Und jetzt skandieren, also fest im Rhythmus sprechen bei starken Betonungen. Wir stellen uns also vor, wir seien auf einer Demo und brüllen Sprüche wie Leute, lasst das Glotzen sein, reiht euch in die Demo ein. Am besten mit Trommelunterstützung. Erst als Silbentrennungsgrundschul klatschen. Leute, lasst das Glotzen sein, reiht euch in die Demo ein. Aber ein Rhythmus entsteht erst, wenn nicht alle Silben betrommelt werden. Leute, lasst das Glotzen sein, reiht euch in die Demo ein. Und jetzt gut, sich selbst zu hören. Welche Silben kriegen den Trommelschlag ab? Nennen wir sie mal die Trommelsilben. Leute, lasst das Glotzen sein, reiht euch in die Demo ein. Richtig, die Trommelsilben sind die betonten Silben. Jetzt erkennt man auch ihren Sinn. Sie geben den Puls zum Mitklatschen vor. Sie machen zum Gedicht die Begleitmusik. Wir haben hier eine Demo im Trocheus. Abwechselnd betont und unbetont mit einer Betonung am Anfang des Verses. Und die Verse enden? Richtig, stumpf. Dasselbe jetzt mit Belsatzer. Die Mitternacht zog näher schon in stummer Rulag Babylon. Ein Jambus gibt hier schweren Ton. Belsatzer fängt also im Jambus an. Zum Vergleich eine falsche Lösung. Die Mitternacht zog näher schon in stummer Rulag Babylon. Man merkt also, man kann nicht dazu trommeln, wie man will, wenn man den natürlichen Betonungen folgen soll. Aber jetzt zu den komplizierteren Versen. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen. Ich werde pro Runde jeweils bis zur nächsten Betonung die Lösung mitsprechen. Zwei, drei, vier, die Knechte saßen in schimmernden Reihen. Der Nächste. Und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Zwei, drei, vier und leer. Zwei, drei, vier und leerten die Bä. Zwei, drei, vier und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Jetzt wird es noch komplizierter. Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Zwölf Silben. Da muss es hoch hergehen. Ich mach lieber etwas langsamer. Zwei, drei, vier und er läss. Zwei, drei, vier und er lästert die Gott. Zwei, drei, vier und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Zwei unbetonte Silben als Versbeginn. Das könnte man glatt doch als Anapäst bezeichnen. Merkspruch Anapäst, Anapäst, Anapäst. Dass der im Deutschen nie ganz überzeugt, ist ein anderes Thema. Man hört ihn doch nur als Dactylus mit zwei unbetonten Anfangssilben. Aber weiter. Zwei, drei, vier und er brüstet sich frech. Zwei, drei, vier und er brüstet sich frech. und lästert wild. Man muss also schnell loslegen, um dann heftigst auf die Bremse zu treten. Die nächste kleine Gemeinheit Buchstaben von Feuer und Schrieb und Schwand Wir nehmen uns das erste Wort erst einmal alleine vor. Buchstaben Wenn wir es mehrmals hintereinander skandieren, merken wir, dass die erste Silbe betont, die beiden folgenden unbetont sein müssen. Zwei, drei, vier Buchstaben, Buchstaben, Buchstaben Da Feuer die erste Silbe betont haben will, haben wir ein Problem. Buchstaben von Feuer Geht nicht. Drei Senkungen, also unbetonte Silben hintereinander gibt es nicht. Man betont automatisch die mittlere der drei ebenfalls und hat Buchstaben von Feuer Drei Hebungen sind schon weg. Wie soll die letzte Hebung das alleine schaffen? Etwa so Buchstaben von Feuer und Schrieb und Schwand Zwei Senkungen am Versende Wir haben schon festgestellt, dass eine Hebung an den Schluss des Verses gehört. Außerdem erzwingen die uns Und schrieb und Schwand Die Lösung ist, wir haben es mit einer Tonbeugung zu tun. Das Wort Buchstaben wird falsch betont, wenn man im Rhythmus bleiben will. Buchstaben von Feuer und Schrieb und Schwand So spricht man das natürlich nicht. Man betont die falsch unbetonte Silbe eher extra stark, setzt sie aber trotzdem zwischen die Betonungen. In der Musik würde man das Synkope nennen. Hier heißt es Tonbeugung. Buchstaben von Feuer und Schrieb und Schwand Das ist schließlich der Sinn der Tonbeugung. Es wird eine Silbe und damit das dazugehörige Wort besonders betont. Wir haben es hier schließlich mit dem magischsten Moment der Ballade zu tun. Für unermüdliches Training steht der Rest der Ballade zur Verfügung und ein Lösungsvideo mit ein paar Kommentaren von mir. Wie stark man beim Vortrag tatsächlich marschmäßig rhythmisch bleibt oder den Rhythmus nach dem Vorbild alltäglichen Sprechens unauffällig überspielt, ist Geschmackssache. Belsarza bietet sich jedenfalls an, um mit den Extremen zu spielen. Grundsätzlich gilt, man sollte ein Gedicht rhythmisch sprechen können, auch wenn man den Rhythmus versteckt. Belsarza bietet sich jedenfalls an, um mit den Rhythmus zu spielen. Belsarza bietet sich jedenfalls an, um mit den Rhythmus zu spielen. Gn resist Dienst, eine Flüchtlinge zu bauenoured.